so liebe leute herzlich willkommen und zum starten diese neue woche ich hoffe euch hat das neue spiel gefallen mein neues display gefahren mit ff 2019 ja ich kann euch noch nicht viel zu sagen weil ich wieder vorbereiten bin ich freue mich so auf heute abend dann kann ich eh nicht zocken nach der arbeit das wird das geil ich freue mich schon so mega drauf dieses spiel na gut machen wir erst mal ein bisschen weiter mit dort vier heute mit radakans das ist übrigens der nächste teil gut rein damit schon genau die fahrzeugperken momentan unterboten die wertungsprüfung sieger momentan auch geschafft genauso wie die zwei die sauberen wertungsprüfung brauchen wir noch eine wie gesagt dann haben wir das auch gepackt die schnellste zwischenzeit haben wir mittlerweile überboten davon haben wir jetzt mittlerweile da vor event vier aber mittlerweile 17 mal die schnellste zwischenzeit das ist auch wunderbar und wir sind erst einmal keine zeitstrafe so das ist also erstmal das wichtigste jetzt kommt wir sollten über verbesserung nachdenken als sieg hier ist viel wert ja das machen wir von 249 die der erste teil 5 4 3 2 1 Hm. Uiuiui, so wird das aber wieviel sauber fahren? 90 Grad links 90 Grad links 90 Grad links 60 durch senken Rechts, 60 Rechts, 5 Rechts, 60 Rechts, 60 Rechts, 60 Rechts, 6 Rechts, 6 Rechts, 6 Rechts, 4 Lang, durch senken Links, 5 Überwennen Links, 6 Durch senken Rechts, 5 Überwennen Links, 6 Rechts, 4 Lang, durch senken So, ich schaffe 13 Sekunden, meine Freunde. Das war so das Wichtigste. So, die nächste Strecke ist wirklich nur 50 Meter kürzer. So, der letzte Teil geht eigentlich fast wieder geradeaus, also die letzten beiden Abschnitte. Ich glaube, sie sind drei, wenn ich sie sehe, haben wir die Zauberung. Nein, haben wir noch keine Zauberung. Müssen wir noch einmal zauberen fahren. Wir scheinen starten zu können. Keine Verzögerung. Das ist wichtig. 5, 4, 3, 2, 1, los. Links 3, durchsächtig. Guck mal, rechts 3, durchsächtig. 150, 8, Lapsack, guck mal, Sprung in rechts, 4, lang überwählen. Guck mal, links 4, durchsächtig. Links 3, durchsächtig. Links halten, überwählen, Sprung. In rechts 4, durchsächtig. Wieder ein bisschen absetzen jetzt. Achtung, links halten, überwählen, Sprung links 4, in rechts 5, durchsächtig. In links 4, überwählen, rechts 5, überwählen. Links 4, lang durchsächtig. In links 3, überwählen, rechts 4, überwählen. Achtung, links 4, überwählen. Achtung, links 4, überwählen, rechts 3, durchsächtig. Wachzug, zwei, kurze, steigen, außen. Links 4, überwählen, abwählen, links 4, überwählen, abwählen. Also jetzt kommt das wieder ein bisschen gut zu schaffen. 5,3, wo wir mit deinem Vorsprung. Rechts 3, durchsächtig. Wachzug, links 2, lang, überwählen, rechts 4, links 5, links 5, in rechts 4, in 90 Grad rechts, nach links 6, links 5, 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 links 6, durchsächtig. Halt für mich nicht. Da muss ich doch was mit dem Hackantrieb, definitiv. Das ist nicht immer ganz einfach. Immer wieder kleine Lagerfeuerzimmer. Wir haben viele Zuschauer. Wir gehen jetzt in den letzten Teil, der jetzt eigentlich fast so gut gerade ausgeht, wie wir eben auf der Web gesehen haben. Da haben wir quasi gerade ausgeht. Rechts halten über Puppe. Mittig halten über Puppe. Gerade durch Senke 60. Rechts 4 Kuppe. Links 3. Dann übernimmt bis Ziel. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. So. 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 Hab ich es auch nicht hingekriegt. Letzter Abschnitt. Vorne. Mitte 6,09 Kilometern. Also gute 6 Kilometer und 90 Meter. Die steht uns auf jeden Fall heute nochmal ins Haus. Letzte Wertungsprüfung für heute. Und dann geht es morgen weiter mit Teil Nummer 4 aus Schweden. Teil Nummer 3. Entschuldigung. Teil Nummer 3 aus den Wales. Teil Nummer 4. Ja. Müssen wir machen wir die Woche noch nicht. Das wird wahrscheinlich so sich mal verschieben. Das war quasi die letzten drei Wertungsprüfungen. immer zu Beginn der neuen Woche machen. Wie gesagt. Da liegt jetzt auch wieder Formel 1, wenn ihr auf den Kanal kommt. So. Wir brauchen immer noch die eine saubere Wertungsprüfung. Ja. Aber wie gesagt. Wie ist das Kriterium mit sauber? Oh. Das Fahrrad ist qualifiziert worden. Das hat aber nicht gesehen. Wenn wir einen guten Ruf erarbeiten, können wir am angeseheneren Event teilnehmen. 5, 4, 3, 2, 1, los. Rechts 3 durchsäckchen. Kuppe. Links 2 lang überwenden. Rechts 4. Links 4 überwenden. Rechts 3 überwenden. In rechts 4 lang durchsäckchen. Links 5 überwenden. Rechts 6. 80 überwenden. Links 5 lang. Links halb. Überwenden. Rechts 6 überwenden. 60. Rechts 4. Kuppe. Links 3 lang. Überwenden. In Kuppe. 60 überwenden. Ja. Das war ein bisschen. Ich glaube so witzig wie ein mit sauber. Aber er hat schon 7,8 Vorsprung. Links 4. In rechts 2. Lang. Überwenden. Kuppe. Links 3 durchsäckchen. Kuppe. Rechts 3 durchsäckchen. Links 6 durchsäckchen. In rechts 5. Überwenden. In links 6. Rechts 5 überwenden. Links 4 lang durchsäckchen. In links 3 überwenden. Rechts 4 überwenden. Links 3 durchsäckchen. Kuppe. Rechts 3 durchsäckchen. Kuppe. Links 2 lang überwenden. Rechts 4, links 5, in rechts 4, in 90 Grad rechts lang, links 6, rechts halten über Puppe, mittig halten über Puppe, gerade durch senken, 60, links 6 überwählen, rechts 5 lang, 80 überwählen, links 6, 60, rechts 4 überwählen. Links 2, macht auf durch senken, Puppe senken. Rechts 4, überwählen. Rechts 4, überwählen. In links 5, durch senken und Achtung rechts 4, rechts halten überwählen, sprung. Rechts 5, überwählen, links 4, lang, durch senken. In links 3, überwählen. Rechts 4, überwählen. Links 3, durch senken. Links halten, Überpuppung, Sprung. In rechts, 4, durch Senke. In links, 4, 130. Achtung, langsam, Kuppe, Sprung. In rechts, 4, lang überwählen. Kuppe links, 4, 60. Links, 5. Rechts, 5, links halten, Überpuppung. Links, 6, durch Senke. In Kuppe, vielleicht Sprung, 80. Achtung, in links halten, Überpuppung. Rechts, 5, lang, Senke. Links, 5. Rechts, halb, Überpuppung. Mittig halten, Überpuppung. So, in 3, 2, 4, momentan, der Wolken ist also wieder ab. Links, 3, durch Senke. Ich bin ein bisschen vorsichtiger, klar. In rechts, 4, durch Senke. Ich bin dann noch irgendwie doch auf die Reihe bekommen, sauber zu fahren. Links, 4, überwählen. Rechts, 3, überwählen. Wir haben in der Stelle abgeben müssen. So, wie sind wir vorsichtig fahren? Wir haben 5 Sekunden verloren auf dem Steg jetzt. Rechts, 4, Überpuppung. Links, 2, mach auf. Durch Senke, Kuppe, Senke. Rechts, 4, Überpuppung. Rechts, 4. In links, 4, durch Senke. Achtung, rechts, 3, durch Senke. Rechts, 6. Rechts, 4, links, 4, in rechts, 1. In rechts, 5. In links, 6, nach, 60. Achtung, links, 1. Überpuppung, Sprung, links, 4. In rechts, 5. Durch Senke. In links, 4. Überpuppung, 150 bis Ziel. So, dann haben wir es. Und dann sind es an 26,7 Sekunden. Dafür, dass wir gerade mal ein bisschen verloren haben, aber jetzt die Zeit wird immer ein bisschen nachgezogen. Perfekt, super Ergebnis, gut gemacht. So, gut. Dann haben wir das auch ledigt. Und hier gehen wieder 25 für einen Punkt auf unser Konzept. Dann sind wir jetzt bei 50. Bei den Siegen. Jetzt kommt es aber. Wieder das Zauberding. Na, schade. Das war mir klar. Irgendwie. Ich weiß nicht wieder, wie gesagt, das Kriterium ist. Alles andere waren wir als geholt. Keine Zeitschreiber geholt. Aber vielleicht ist es auch nicht weiter teufelig. So. Gut. Und den nächsten Teil machen wir dann morgen um 14 Uhr, wie immer. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.